Ja, da sind wir wieder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fußball Inside mit euren Lieblings-Flitzbieten. Denn heute unter anderem dabei unser Schalke-Experte Andi Ernst Frisch aus dem Urlaub zurückgekommen hat. Man sieht die Bräune noch. Die, die nur den Podcast hören, ihr könnt euch das nur vorstellen. Aber das ist ja Urlaub pur, wenn man dich so sieht. Ja, Glück auf. Leider nur ein bisschen kalt hier. Gut, heute geht es im Pott. So rund 18 Grad haben wir. Ja, und dann haben wir unseren RWE-Reporter Justus Seinisch auch am Start. Moin. Justus, etwas bleicher. Ich habe nächste Woche erst Urlaub. Die feinen Herrschaften. Ja, mein Urlaub ist schon vorbei. Irgendwann nächstes Jahr wieder. Dann stelle ich mich auch kurz vor, ihr kennt das Ganze. Ich bin Timo Düngen, bin Morgenmoderator bei Radio M. Schalippe. Und auch als Fußballkommentator im Einsatz. Und überraschenderweise sprechen wir heute bei dieser Besetzung der beiden Herren über Schalke und Rot-Weiß Essen. Wir machen das, weil die einen einen neuen Trainer haben, die Schalker, und weil RWE einen neuen Schwung hat. Das muss man ja so sagen. Wir fangen aber mit denjenigen an, die einen neuen Trainer haben. Andi, als du ja meintest, Urlaub haben zu müssen, haben wir ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Karil Geratz auf Schalke, der neue Mann. Wir haben schon so ein bisschen überlegt, wer kommt da, was erwartet ihn auf Schalke, was können wir auf Schalke von ihm erwarten. Jetzt ist er aber auch schon ein bisschen länger da, also schon erstes Testspiel gehabt, das war sehr erfolgreich, die ersten Trainingsanheiten. Wie hast du ihn bislang wahrgenommen? Es ändert sich was. Also das ist so das Erste, was auffällig ist. Nicht nur, was man bei dem Testspiel rein taktisch gesehen hat, sondern auch in der Trainingsgestaltung zum Beispiel. Es ist ein ganz anderer Zug drin, wobei ich dem jetzt noch nicht so viel Bedeutung beimessen würde, weil nach jedem Trainerwechsel, den es so gibt, ist erst mal ein neuer Zug drin. Und jeder versucht sich da zu beweisen. Aber was er zum Beispiel ändert, sind so Trainingsformen. Was auch neu ist, er hat einen eigenen Instagram-Account und hat es quasi selber erklärt, was er da so ändert. Was auffällig war, wir haben bei zwei Trainingsanheiten zusehen können und es waren sehr, sehr viele Spielformen. Und er hat das selber so begründet, Siegermentalität kann man sich auch einüben. Spielformen, was meine ich damit? Nicht nur ganz elf gegen elf über den ganzen Platz, so wie wir das früher manchmal gemacht haben. Vorher vier Runden um Platz rennen, danach machen wir ein Spiel fertig. Genau. Sondern halt wirklich Spielformen auf große Tore, auf kleine Tore, auf ganz kleinem Spielfeld. Mal drei gegen drei, mal vier gegen vier. Das Ganze dann auch wirklich am Ende mit so einem Siegerteam, das wird dann auch natürlich immer gerne fotografiert. Mit den Spielerkreisen und dann auch bei Instagram geteilt und alle sind dann immer ganz stolz. Und es gab so eine Spielform, da durften dann auch die Teutama-Tore schießen und so. Also das war schon sehr auffällig, dass nicht nur viel Pfeffer drin war, sondern es sind viele Tore gefallen. Die Spieler haben viel aufs Tor geschossen. Dazu immer wieder eine klare Ansprache von ihm, natürlich auch für Englisch. Auch das ist halt neu, dass du halt nicht auf dem Platz, wenn ein Trainer reinruft, Deutscher, sondern halt die englische Sprache. Ist jetzt nicht schlimm, weil Englisch kann aus dieser Mannschaft wirklich jeder. Okay, also diese Sprachbarriere ist da überhaupt keine Barriere so wirklich. Also ich würde dem jetzt keine große Bedeutung beimessen. Ja gut, ich persönlich auch nicht, weil du hast genug Spieler, die auch dann zum neuen Verein kommen und auch kein Brocken Deutsch können. Und trotzdem liefern sie dann Leistungen auf dem Platz. Englisch ist die internationale Sprache, die nur wirklich, also sagen wir so, in den 70ern wäre es vielleicht eine größere Barriere gewesen, wenn du da einen englischsprachigen Trainer reingeholt hättest. Aber heutzutage ist das, glaube ich, keine Schwierigkeit mehr. Zumal du hast ja auch noch zwei deutsche Co-Trainer. Auch das ist so eine Änderung. Maik Büskens, Matthias Kreuzer, die die beiden Spiele zwischen Thomas Reis und Karaj Geratz gemacht haben, sind wieder ein bisschen mehr dabei, werden auch am Sonntag in Karlsruhe auf der Bank sitzen. Du siehst, das ist so der erste Eindruck, ist schon positiv, wobei, boah, jetzt müssen wir hier zahlen, ne? Entscheidend ist er auf dem Platz. Oh, ei, 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 ei. Dafür musst du eigentlich doppelt zahlen. Ja, das stimmt. Was ist das wert? Sehen wir Sonntag gegen Karlsruhe. Absolut. Oder in Karlsruhe und eine Woche später zu Hause gegen Hannover. Das sind jetzt keine, das sind jetzt nicht zwei absolute Überflieger-Mannschaften, die durchmarschieren, aber das sind schon zwei sehr, sehr gute Mannschaften. Karlsruhe ist ähnlich wie Schalke, sehr schwach gestartet, trotz ganz anderer Ambitionen. Auch Hannover will oben rankommen. Absolut. Das sind zwei wirklich richtige Prüfsteine. Und da werden wir sehen, ob Karel Gerrits mit seiner Art wirklich auch ankommt. Was auch auffällt, dass natürlich alle, die vorher ein bisschen angeschlagen waren, sind jetzt auch zurück. Also er wird am Samstag, wenn er den Kader nominiert und bekannt gibt für das Spiel am Sonntag, auch Entscheidungen zu treffen haben. Nicht nur, wer spielt von Anfang an, sondern wer kommt überhaupt nicht in den Kader. Und das sorgt natürlich auch für mehr Konkurrenzkampf. Das stimmt dann im ersten Moment positiv. Nur, du berichtest auch so lange über Schalke. Wie oft haben wir bei einem Trainerwechsel am Anfang gesagt, oh, ich glaube, das wird nichts. Also nach häufig. Nach der ersten Woche haben wir gesagt, boah, könnte was werden. Ja gut, es gab Christian Groß, aber ich jetzt nicht unbedingt gedacht, okay, der wird es jetzt raus sein. Es gab Christian Groß, aber da lag quasi zwischen Verkündung und ersten Spiel, lagen nur fünf Tage und zwei Trainings an einem. So, da konnte man das noch nie so richtig sagen. Aber ja, es gab, sagen wir so. Es gab schon so ein paar Namen. Gerade in der Saison auch bei Manuel Baum, muss ich zugeben, war ich skeptisch. Ja, die Saison war aber sowieso gar nicht speziell. Ja, aber du hast gefragt. Ja, ich weiß, aber Schalke hatte, seitdem wir beide über Schalke berichten, 20, 22, 23 Cheftrainer. Und bei 95 Prozent davon haben wir nach einer Woche gesagt, boah, da ist ein Zug drin und es waren neue Impulse. Und vielleicht ändert der dann auch da und da und da was. Was ist es wert? Ja. Das werden wir dann sehen, ob er auch, wir wissen, wir haben keine Ahnung, wie dieses sogenannte In-Game-Coaching von ihm ist. Keine Ahnung, wissen wir nicht, weil er lag noch nie als Schalke-Trainer 1-0 zurück. In einem Pflichtspiel, in einem Freundschaftsspiel ja, aber in einem Pflichtspiel noch nicht. Wie reagiert er dann? Ist er während eines Spiels in der Lage, auf Unwägbarkeiten Einfluss zu nehmen? Das können wir jetzt alles noch gar nicht vorhersehen und da müssen wir dann die ersten ein, zwei Spiele abwarten. Der erste Gradmesser ist dann Karlsruhe am Sonntag. Aber was man auf jeden Fall wahrnehmen kann und das haben die Schalke ja geschafft, ich meine, da kam die Länderspielpause dann auch natürlich ganz gut, dass du jetzt irgendwie so eine Art Neuanfang nach neuen Spielen geschafft hast. Also irgendwie so einen Reset-Knopf gedrückt. Du hast ja jetzt plötzlich jetzt auch die Stimmungslage wieder eine ganz andere. Also das haben sie irgendwie schon geschafft. Ja, der Zeitpunkt der Verkündung war natürlich absichtlich gewählt und ist ja auch clever. Also das hätten wir, glaube ich, als Vereinsverantwortliche auch gemacht. Wenn du dann fragst, wann willst du den neuen Trainer installieren? Gibst du dem die beiden Spiele, die Matthias Kreuzer und Mike Büskenz gemacht haben? Gibst du die noch oder brauchst du eh mit deinem Wunschkandidaten noch ein bisschen Zeit zu verhandeln, so wie es dann der Fall war? Und dann ist Länderspielpause natürlich perfekt geeignet, um anzufangen. Also das war schon, weil du nicht mehr diesen Umstand hast, wie es früher mal war, dass dann alle Nationalspieler ausgeflogen waren. Diesmal hast du deinen Kader ja beisammen gehabt. Ja, mit Ausnahme von ein, zwei Spielern, die bei Junioren-Nationalmannschaften waren. Früher war es schon anders. Die aber auch nach einem Spiel früher zurückgekehrt sind. Also es waren Kabadai und Keke Top. Die haben ein Spiel gemacht mit der U20 und waren dann direkt wieder da. Also um sich dann dem neuen Trainer auch wirklich zeigen zu können. Ja, Länderspielpause hat dann dafür gesorgt, dass so eine Art Break da war. Dadurch, dass auch eine andere Personalie, die des Vorstandsvorsitzenden mindestens geklärt wurde, indem klar ist, wer es wird ab 1. Januar, hast du so eine Art Ruhe reingekriegt. Nur, wir wissen dann auch genau, Schalke und Ruhe, das ist dann doch in vielen Fällen trügerisch. Und das kann es auch in diesem Fall sein. Es kann natürlich alles gut gehen. Gerrits macht einen guten Eindruck, führt Schalke jetzt meinetwegen zu einer Siegesserie. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja. Verzeihung. Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Und dann hast du natürlich nicht nur eine Ruhe, sondern dann hast du auch eine kleine Euphorie. Das geht auf Schalke ja auch schnell. Nur, wenn die Erfolge jetzt weiter ausbleiben, dann wirst du irgendwann nicht mehr auf dem drittletzten Platz stehen, sondern dann wirst du auch irgendwann noch weiter abrutschen. und dann wird dieser Vergleich mit Arminia Bielefeld, die von der ersten in die dritte Liga durchgereicht worden sind, der wird dann noch häufiger fallen. Und es ist schon fast ein Drittel der Saison gespielt, sodass die sportliche Situation ist und bleibt prekär. Und die zwei Spieler, also auswärts Karlsruhe, wenn du vor der Saison gesagt hättest, die Saison läuft normal und Schalke ist irgendwie nach neun Spieltagen unter den ersten sechs, acht, in Karlsruhe musst du nicht unbedingt gewinnen. Da reicht doch mal ein Punkt so. Das ist die Voraussetzung für einen Auswärtsspiel in Karlsruhe. Wildpark ist fertig, tolle Stadion, Euphorie, gute, eingespielte Mannschaft, die jetzt noch Lars Stindl dazu bekommen hat. Da kann man auch mal nur einen Punkt holen. Kann man vielleicht sogar sogar mal verlieren. Aber das darf jetzt natürlich nicht passieren. Und so unter Siegesdruck mit so einer Serie da hinzufahren, ist halt nicht so einfach. Und wenn du dann vielleicht auf einem direkten Abstiegsplatz abrutschst, dann werden natürlich auch ganz andere Probleme dann auch wieder nach vorne geholt, die sich dann eben noch nicht erledigt haben. Aber erst mal Blickrichtung Sonntag. Ich wollte jetzt nicht sagen, geht eh alles schief, sondern ich will nur sagen, lässt sich gut an. Abwarten, was passiert, wenn das jetzt schief geht, ein, zweimal. Also das Ganze bricht jetzt nicht zusammen, wenn Schalke einmal verliert. Dann kannst du immer mal sagen, der erste ist ja zwei Wochen da. Aber wenn es jetzt noch ein, zwei Niederlagen geben sollte, auch nach dem ersten Gerads-Heimspiel gegen Hannover, dann kann man schon mal zweifeln. Aber ich will jetzt hier nicht zu negativ sein. Wir gucken jetzt erst mal auf Sonntag und wollen dann gucken, was Gerads so ein bisschen verändern wird. Also zum Beispiel, wie wird Schalke Fußball spielen? Ja, anders als unter Thomas Reis wahrscheinlich, weil Gerads will zumindest, dass auch hinten raus, ich nenne das jetzt mal so, Fußball gespielt wird. Moment, ich war aber husten hier. Das war ein Kloß im Hals. Verzeihung an alle, die hier zugucken. Ja, also er will, das wird halt ganz anders sein. Also das, was ich an dieser Stelle häufiger gesagt habe, sie werden wahrscheinlich auf eine Dreierkette gehen. Kannst du dich erinnern? Ich habe es immer und immer wieder gesagt. Ich habe in die Kamera gesprochen und gesagt, Thomas Reis, Matthias Kreuzer, ich, ihr sagt immer, ihr Journalisten wisst hinterher immer alles besser. Ja, du hast es vorher gesagt. Stell doch einfach mal auf eine Dreierkette um und genau das wird passieren. Das hat er im Training auch schon das ein oder andere Mal eingeübt. Eine Dreierkette-Besetzung ist jetzt halt noch unklar. Kommt auch daran, wer fit wird und wer nicht fit wird. Aber ich finde, das System hat halt viele Vorteile. Zum Beispiel Kaminski hat in der Dreierkette seine besten Spiele gemacht für Schalke. Ovian als Linkerspieler hat in der Dreierkette seine besten Spiele gemacht. Das spricht dafür Baumgartel als Abwehrchef. Er hat in seiner Karriere meistens Dreierkette gespielt. Dann kannst du auf ein System mit zwei Spitzen setzen, mit Teroddo oder Polter ganz vorne drin. Dann kannst du Lassme noch aufstellen, der dadurch ganz anders seine Stärken ausspielen kann mit tiefen Läufen. Also das ergibt schon Sinn, finde ich. Aber du gehst auch davon aus, dass Schalke dafür den Kader hat. Also wenn du jetzt in der Dreierkette drei Innenverteidiger aufstellen würdest, hast du dann Kaminski, Karls Baumgartel und hättest Cissé da noch in der Hinterhand sozusagen. Ja, das einzige Problem, du hast halt Schwierigkeiten auf der rechten Seite, weil Brunner ist halt angeschlagen und das ist halt echt nicht ganz so einfach. Aber für die Dreierabwehrreihe hast du genug. Also ich würde sagen, Kaminski ist der perfekte linke Part dieser Dreierabwehrkette. Baumgartel oder Karls sind der zentrale Part im Zweifel Baumgartel, weil Karls hat in diesem Testspiel nicht besonders gezeigt, dass er den Spielaufbau kann. Und für die rechte Seite hast du theoretisch in der Dreierkette Henning Matriciani, der allerdings auch ein bisschen durchhängt. Oder Cissé. Und auf Cissé hielt schon Thomas Reis große Stücke. Und bei Karel Gerrath ist er dann auch nicht anders. Er ist halt auch verdammt schnell, ein schneller Innenverteidiger. Und zur Spielweise gibt es dann noch die nächste interessante Frage. Vielleicht nehme ich was vorweg. Ich habe gar nicht auf deinen Spickzettel geguckt. Wen stellst du ins Tor? Da kommen wir natürlich gleich zu. Aber jetzt lass uns erstmal... Ja, okay. Wenn wir gleich fragen, merkt euch diese Frage. Das hat dann auch mit der Spielweise hinterher auf dem Platz zu tun. Und da ist die Torwartfrage auch eine sehr zentrale. Ja. Erstmal gucken wir aber auf die Außenverteidiger. Du hast schon gesagt, also wenn du gerade Dreier- bzw. Fünferkette spielst, dann hast du ja die Außen schon Leute, die auch gerne offensiv denken. Hast du links natürlich mit Auejan oder Mörkin perfekt besetzt. Tor rechts. Hast du dann schon Brunner, auch nicht fit, aber ist jetzt auch nicht so ein Typ, der die Linie rauf und runter wetzt. Und Henning Matriciani, der nach vorne hin wirklich, böse gesagt, gar nichts auf die Kette kriegt. Genau. Da hast du dann schon eigentlich keine perfekte Besetzung für dieses System. Das ist die einzige Position, die wirklich offen ist. Wobei ich fand, für das andere System sprachen halt noch viele andere Sachen nicht, die nicht so ganz funktioniert haben. Noch ein Beispiel, Ron Schallenberg ist als Sechser vor einer Dreierkette einer der besten Sechser der zweiten Liga geworden. Also der ist kein Sechser vor einer Viererkette richtig gut gewesen. Klammer zu. Du musst halt auf rechts einen aufstellen, der nicht zwingend diese Position gelernt hat. Als Beispiel, du kannst Mörkin da hinsetzen, weil sonst hast du Ovian und Mörkin, da muss einer von beiden auf die Bank. Wäre nicht ganz optimal. Das kannst du machen. Du kannst Kabadai aufstellen, der ist allerdings eher so rechter Flitzer nach vorne. Denkt, glaube ich, sehr offensiv. Und denkt sehr offensiv. Das ist auch mit Fragezeichen. Du kannst Kozuki aufstellen auf der Position, der jetzt in der U23 so ein bisschen mehr auf sich Aufmerksam gemacht hat. Das geht auch. Also du hast schon Möglichkeiten da. Allerdings halt keine super optimalen, wenn Brunner nicht spielt. Das gestehe ich dann doch gerne. Sodass das möglicherweise ein Schwachpunkt sein könnte. Kommt halt darauf an, wo du deine Schwerpunkte legst. Wenn du dann sagst, defensiver Schwerpunkt, dann kannst du Henning Matriciani da aufstellen, obwohl er natürlich da seine Schwächen hat. Du weißt aber genau, der dichtet dir die Seite hinten halt ab. Wenn du sagst, wir spielen jetzt wirklich echt mutig nach vorne, dann kannst du Kozuki oder Kabadai da aufstellen. Wenn du sagst, ich vertraue Mörkin auch seine fachfremde Seite an, dann tauscht er dann einfach. Der hat Stärken natürlich nach vorne und hinten. Wobei, ich meine, er wurde geholt als linker Verteidiger. Und dann spielt er nur vorne fast. Seit den Aoyan wird ausgewechselt. Dann wird er dahin gezogen. Genau, also das ist möglicherweise ein kleiner Schwachpunkt. Ansonsten sehe ich eigentlich nur Vorteile an diesem System. So, dann Torhüter-Frage. Jetzt können wir darüber sprechen. Du hast jetzt drei, weil Müller natürlich weiterhin verletzt ist. Du hast Fährmann, der wieder da ist. Du hast Langer, du hast Hecker. So, da kannst du natürlich gucken. Letzterer ist natürlich der, der fußballerisch am besten wahrscheinlich dann so hinten rausspielen könnte. Deswegen stand er ja wahrscheinlich auch gegen die Hertha im Kasten. Das hast du ja auch gemerkt. Er hat ganz anders agiert. Ist das dann? Also ich würde sagen, die Torwartfrage stellt sich nicht zwischen dreien. Natürlich hat Michael Langer das große Verlierste um den Verein, hat auch zwei gute Spiele gemacht. Aber ihm gehört halt nicht die Zukunft. Denn du drei vierte Torhüter hast und am Ende spielt von den dreien Langer, dann haben die beiden anderen aber sehr viel falsch gemacht. Du kannst halt nicht Justin Heckerin nach einem Spiel, in dem er einen riesen Fehler gemacht hat, aber ansonsten wirklich die Mannschaft stabilisiert hat, direkt wieder auf die Tribüne setzen. Das kannst du eigentlich nie machen. Die große Frage ist, das ist schon eine Art Richtungsentscheidung, weil wenn er jetzt, Marius Müller ist verletzt und wird so schnell nicht wiederkommen und wen du jetzt beim ersten Spiel ins Tor stellst, der bleibt dann auch, denke ich mal, wenigstens für ein paar Wochen im Tor. Du kannst ja nicht sagen, das ist Game-Time-Decision von Woche zu Woche. Geht ja nicht. Und die beiden sind halt komplett unterschiedlich. Also hier Ralf Fährmann, Schalke-Legende, 35 Jahre alt, hat sämtliche Schlachten von Champions League bis Corona in Norwegen schon geschlagen, hat mit Sicherheit seine Stärken auf der Torlinie, macht ihm herauslaufen, ordentlich was her. Da musst du eigentlich, wenn eine Flanke reinfliegt, da musst du eigentlich keine Sorgen haben. Auch wenn du als Stürmer auf ihn zuläufst, dann ist natürlich... Allerdings kannst du im Spiel aufbauen, nicht auf ihn setzen. Der ist halt kein Elfter-Feldspieler. Der kann ja den Ball wegkloppen. Wenn er keinen Gegenspieler hat, dann kann er den Ball auch mal über 40 Meter an den Mann bringen, aber halt auch nur dann. Ist ja auch der Grund, warum er zum Beispiel in der Aufstiegssaison in der letzten auch wieder rausgenommen wurde. Ganz genau. Was im Gegensatz, was gegen Fährmann spricht, er war sehr oft verletzt im vergangenen halben Jahr. Er hatte in der Bundesliga-Rückrunde den Muskelfaserriss in den Adduktoren. Dann hatte er in der Vorbereitung, die hat er komplett verpasst wegen eines Muskelfaserrisses in der Wade. Und zuletzt ist er ausgefallen, weil er Achillessehnenprobleme hatte. Und er ist erst seit Montag wieder im Training. Das ist jetzt... Also er fliegt durchs Tor, als sei er nie verletzt gewesen. Beim Training zumindest konnten wir das so beobachten. Allerdings muss man über Fährmann dann doch klar sagen, er war lange verletzt. Machst du das nach einer Woche? Setzt du dann Ralf Fährmann wieder ins Tor, der vorher von sieben Monaten fünf verletzt war? Geht das schief? Und du hast halt noch einen jungen Häkerin, der dir noch andere Vorteile bieten kann in der Hinterhand? Und das ist halt schon ein Risiko. Auf Häkerin zu setzen, ist natürlich auch ein Risiko, weil der Junge hat erst ein Pflichtspiel im Profibereich gemacht. Der hat Spielpraxis gesammelt. Er hatte natürlich auch einen Kreuzbandriss, mit dem er ein halbes Jahr ausgefallen ist, ist aber seit Beginn der Vorbereitung wieder da. Er hat in der U23 gespielt. Er hat jetzt ein Pflichtspiel gemacht bei den Profis in der zweiten Liga. Er ist allerdings noch unerfahren und halt auch immer mal wieder für einen Bock gut. Das war er auch schon als U23-Torwart. Da hat er auch das ein oder andere Mal sich eingefangen, wo man gedacht hat, oh Junge, den musst du aber haben. Aber er hat natürlich auch enorme Vorteile. Mit Häkerin kannst du dein Spiel ganz anders aufziehen. Du siehst ja auch, hast du eine eigene Standardsituation als Schalke, dann rückt der ja bis zum Mittelkreis auf. Also der ist ganz mutig. Und er hat mir mal im Interview gesagt, als er gerade gekommen war, also der ist richtig sauer, wenn er den Ball nicht hat. Also das ist ein Torhüter, der will auch immer angespielt werden. Der will immer beteiligt werden. Und ich sage auch immer, wenn auch Thomas Reiß hatte den auf dem Schirm. Also damals vor einem Jahr, Thomas Reiß ja gewechselt von Alexander Schwolo auf Fährmann. Hätte sich Häkerin den Kreuzbandriss nicht zugezogen, bin ich mir sicher, hätte er von Schwolo auf Häkerin gewechselt. Weil Häkerin am ehesten zum Beispiel Manuel Riemann entspricht, vom VfL Borum, der ja auch sehr gerne mitspielt, der auch sehr gerne das Spiel eröffnet. Und dann hast du mit einem Torwart wie Häkerin, wenn du wirklich eine spielerische Offensive haben willst, hast du als Trainer ganz andere Möglichkeiten. Und da wird halt spannend zu sehen, wie Gerhard entscheidet. Normalerweise sind neue Trainer eher auf Safety first. Und die Sicherheitsvariante wäre natürlich, Fährmann ins Tor zu stellen. Da kannst du sagen, da weißt du, was du hast. Du weißt, was du an Ralf Fährmann kriegst. Der steht im Tor, der hält dir dann zwei Unhaltbare. Okay, du musst halt irgendwie anders aufbauen. Aber dafür hast du eine Dreierkette. Das wäre halt die Sicherheitsvariante. Wenn du dann sagst, nee, wir wollen jetzt echt mutig spielen, dann setzt du auf Häkerin im Tor, der kann spielen. Dann setzt du auf Cissé in der Innenverteidigung, der ist nämlich relativ schnell. Dann setzt du auf Lasme, der ist schnell, der ist der drittschnellste der zweiten Liga bisher. Dann setzt du auf Kabaday rechts, der ist auch sehr schnell. Dann hast du auf einmal aus dieser, in den vergangenen Jahren, recht langsamen Schalker Mannschaft. Da hast du dann schon mal ein paar Talente drin. Das wäre dann natürlich die sehr grüne Variante. Es ist sehr spannend zu beobachten, wie er da entscheiden wird. Ich meine, wenn Mike Büskens wieder dabei ist, Mike Büskens hat auch ein Faible für die Jugend, das ist ja auch klar. Er war unter Thomas Reis ja Verbindungstrainer. Keiner kennt die Jugendlichen, die Jugendspieler im Kater besser als er und wird sicherlich auch mit einbezogen. Und ich bin total gespannt, was er macht, ob er wirklich komplett Jugend, komplett alt, so eine Mischform, wer steht im Tor. Das sind schon sehr interessante Fragen. Vorne im Sturm, aber die Wahl zwischen alt und alt ist jetzt gar nicht so böse gemeint. Wir beide älter sind, als die beiden Stürmer, Polter und Terodde, dürfen wir das sagen. Zum Glück hast du nicht gesagt, zwischen alt und sehr alt. Nein, nein. Ja, also Terodde oder Polter, wer wird's? Ja. Wenn du das wüsstest, ne? Ich sage Terodde, ist aber eher so ein Bauchgefühl. Hat ja im Testspiel, hat wieder die alte Kombination, seit zwei Jahren funktioniert sie und hat jetzt wieder funktioniert. Freistoß, Ove, ja in den Kopf, weil Terodde rein. Polter hat aber auch unter Thomas Reißen guten Eindruck gemacht zuletzt, wobei halt gegen Hertha und in Paderborn waren halt alle schlecht. Das traf dann auch Polter, Terodde ist Mannschafts. Wobei er da zumindest einen Satz ausgestrahlt hat. Also ich fand, in Paderborn ist ihm nichts gelungen, aber das war wenigstens einer von, glaube ich, ja vielleicht zwei, drei Spielern, dem du abgenommen hast, der hat alles reingeworfen. Du machst mit keinem was falsch. Also ich habe schon häufig an dieser Stelle gesagt, ich glaube schon, beide sind für eine zweistellige Anzahl an Toren gut. Daran halte ich fest. Das werden sie, denke ich mal, auch schaffen und wen du jetzt aufstellst. Natürlich machst du dir damit zwangsläufig einen Fass auf, so sehr beide sagen, Teamplayer zu sein und auch von der Bank zu pushen. Aber natürlich ist, wenn du Polter oder Terodde bist und sitzt auf der Bank, dann hast du natürlich irgendwann eine Krawatte und da wird dann interessant sein zu beobachten, ob sie das dann auch wirklich unterdrücken können und den jeweils anderen dann auch unterstützen und dann auch, wenn sie in der 75. Minute für den anderen eingewechselt werden, egal wie es steht, ob das dann auch funktioniert. Aber da habe ich jetzt keine Zweifel. Also Polter und Terodde sind absolute Top-Profis. Aber trotzdem in der Kombination, du hast dann einen, der natürlich nicht damit zufrieden wäre, wenn er auf der Bank sitzt. Also dafür sind sie Sportler genug und du hättest eventuell einen Ralf Fährmann, den du halt nicht spielen lässt und dann hast du schon eventuell direkt zum Start des neuen Trainers. Wenn du mit einem Zehner spielst, hast du ja wieder die Frage, jung gegen alt. Drechsler ist fit, Uedra Ogo ist fit. Was machst du? Auf der einen Seite kannst du sagen, Uedra Ogo ist, an dem ist so ziemlich jeder Top-Verein der Welt interessiert. Und kannst du als Tabellen-16er der zweiten Liga erlauben, dir dieses Top-Talent einfach auf die Bank zu setzen und wie gegen Hertha erst fünf Minuten vor Schluss einzuwechseln. Auf der anderen Seite, Drechsler ist ein absolut anerkannter Führungsspieler dieser Mannschaft. Es ist auch so eine Richtungsentscheidung. Du setzt auf Uedra Ogo, stellen wir vor, dann sitzen nebeneinander auf der Bank Fährmann, Terodde und Drechsler. Das sind drei der fünf Führungsspieler dieser Mannschaft. Wäre halt auch interessant zu sehen. Also es ist immer spannend, wenn ein neuer Trainer kommt. Absolut. Weil man im Training natürlich beobachten kann, was so passiert in der Mannschaft. Aber bei der ersten Aufstellung, im ersten Spiel kann man erst so richtig sehen, wie reagiert wer, was ist wirklich seine Philosophie und so das. Ich bin sehr gespannt auf Karlsruhe. Was erwartest du da für ein Spiel? Also jetzt mal so ganz grundsätzlich. Ich erwarte eigentlich echt ein schönes Spiel. Also ich bin im Wildpark eigentlich auch total gerne. Vor zwei Jahren war noch das Stadion halb im Bau und das ist jetzt offenbar fertig. Und vor zwei Jahren habe ich schon gesagt, irgendwie das wird ein richtiges Brett, wenn das Ding mal fertig ist. Ich freue mich halt auch drauf. Dann hast du Lars Stindl, den ich eigentlich immer sehr gerne habe spielen sehen und der nicht einfach nur seine Karriere da ausklicken lässt. Haben wir eigentlich eine ganz gute Mannschaft. Wundert mich ein bisschen, dass die auch so schlecht gestartet sind. Und ja, wenn Karl Geratz das umsetzt, was er so ankündigt, dann können wir halt auch ein sportlich attraktives Schalke erwarten. Keins, das dem Tabellenstand angemessen erstmal auf Sicherheit zuerst bedacht ist, sondern das auch wirklich versucht, Akzente nach vorn zu setzen. Das alles zusammen wird, glaube ich, ein ganz nettes Spiel ausmachen. Was, und das wäre dann die letzte Frage, welches Ziel muss Schalke denn für sich jetzt so in den nächsten Wochen ausgeben? Ist es erstmal dieses, erstmal da unten rauskommen und dann gucken wir mal oder musst du als Schalke, zumindest auch um das Umfeld wieder mitzunehmen, nochmal ein bisschen offensiver sagen, so eigentlich wollen wir ja rauf. natürlich jetzt in der jetzigen Situation auch irgendwie naiv und utopisch werden. Ich schwöre dir, was wir hören werden von allen. Wir werden von Spiel zu Spiel denkt. Das ist das, was wir hören. In dem Fall ist es aber wahrscheinlich sogar die richtige Taktik und das Erste, was wirklich sein muss, ist von unten rauszukommen. Also du kannst jetzt nicht, nachdem du so viele Spiele verloren hast und nachdem so viel schiefgegangen ist in den ersten Wochen, kannst du jetzt nicht sagen, allerdings ist der Trainer gewechselt und wir werden immer noch, wollen immer noch unter die ersten drei kommen, das kannst du denken und das denken auch einige noch und die Spieler haben jetzt auch noch im Kopf, sie haben den Aufstieg noch nicht drangegeben. Wir haben mit Kenan Karamann gesprochen vor dem Hertha-Spiel, in dem er auf dem Platz geflogen ist, da sagt er, den Aufstieg hat er jetzt immer noch im Hinterkopf und natürlich darfst du nicht immer auf den Punkteabstand gucken, den du da hast, aber der ist jetzt ja auch noch nicht so, dass du das nicht aufholen könntest in 25 Spielen, aber genau diesen Punkteabstand, darauf darf Schalter aktuell nicht gucken. Du musst genau gucken, erst Karlsruhe, dann zu Hause gegen Hannover, dann hast du irgendwann Heimspiele gegen Osnabrück, gegen Elversberg, das sind halt so Sachen, so Dinger, da musst du konstant drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte, drei Punkte und irgendwann, wenn du dann rechtzeitig in der oberen Tabellenhälfte angekommen bist, dann kannst du es immer noch anders formulieren. Wenn du erst am 31. Spiel da auf dem neunten Platz angekommen bist, dann kannst du natürlich sagen, kannst du natürlich nie sagen, wir wollen auch unter die ersten drei. Ja, aber das ist so erst mal das Ziel von Spiel zu Spiel denken, unten rauskommen, obere Tabellen in der Hälfte, das sollten so die Ziele bis zum Winter sein. Dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht, genauso wie bei Rot-Weiß Essen, das ist auch noch nicht so ganz absehbar, aber immerhin hat RWE, muss ich sagen, gerade noch so die Kurve gekriegt, also nach wirklich zwei üblen Klatschen, die es gab, kurz hintereinander, dann gab es den Rausschmiss von Kapitän Felix Bastians und dann gab es aber diesen Sieg in Dortmund. Ist damit die Kuh jetzt erst mal wieder so ein bisschen vom Eis? Auf jeden Fall, also zu dieser Auflistung gehört ja auch noch der 3 zu 1 gegen Dresden ein paar Tage vorher, also innerhalb von sechs Tagen haben sie erst den Tabellenführer nach Hause geschickt mit einem wirklich guten kämpferischen Spiel und haben sie den klassisch niedergerungen, um es mal so zu formulieren, dann halt die Pleitenden und Haching und gegen Verl, dann der Rausschmiss und dann dieses Spiel in Dortmund also es war wirklich ereignisreiche Tage jetzt hinter RWE, also mal durchatmen, die Kuh ist auf jeden Fall vom Eis, um das Bild aufzunehmen, nach den beiden Pleiten und dem Rausschmiss, das war ein total wegweisendes Spiel in Dortmund, keiner wusste, wie die Mannschaft so reagiert, wie wird sie sich präsentieren und war im großen Stadion, über 10.000 Essener dabei und ja, ich hatte so vorher so ein bisschen die Befürchtung nach den Klatschen, gerade gegen Verl gab es viele Pfiffe, großes Gemurre und ein paar sind vor dem Abpfiff auch gegangen so, wenn du dann 0-1 zurückliegst im großen Stadion, kannst du auch mal sehr schnell sehr leise werden und sehr gespenstisch, aber das Gegenteil war der Fall. Von Beginn an wurde die Mannschaft eigentlich gepusht von den Fans und war ein richtiges Heimspiel, man muss dazu auch sagen, die Dortmunder Szene hat das Spiel auch boykottiert in dem Sinne, aber trotzdem, das war ein totales Heimspiel und die haben diesen Druck, ich sag mal, diese positive Energie, die dann von den Rängen kam, auch umgesetzt und ein ganz, ganz wichtiger Sieg. Auch natürlich für den Trainer, Christoph Tabrowski, da muss man sagen, der schafft es ja immer wieder, immer wenn sein Stuhl gerade wieder anfängt zu wackeln, dann holt er irgendwo Kleber her und kriegt diesen Stuhl wieder heile. Auch jetzt verändert was für das Spiel in Dortmund und das greift. Ja, man muss ja auch dazu sagen, dass es jetzt dann äußere Anflüsse sind, also intern wackelt der Stuhl natürlich nicht, aber der Druck, sagen wir es mal so, der Druck, der steigt und sinkt immer im Wochentakt gefühlt auf ihn. Ja, total, dieses Spiel in Dortmund, gerade auch die Thematik mit Bastian, so sprechen wir bestimmt gleich nochmal drüber, war natürlich alle Augen auch auf ihn gerichtet, wie stellt er die Defensive auf? Felix Götze, der Innenverteidiger, der es super gemacht hatte, war verletzt, dafür spielte dann Mustafa Kuruma, der hat dann noch ein Tor geschossen, also hat sich ausgezahlt, rechts spielte für den Verletzten Andreas Wiegel, spielte Erik Fufak, auch ein Spieler, der eigentlich eher in der zweiten Reihe zuletzt war, hat das 1-0 vorbereitet und ganz vorne drin Leonardo Wonic, ein Stürmer, die Offensivproblematik bei RWE hat noch bestanden, ich weiß, ein paar Wochen das letzte Mal hier, da haben wir drüber geredet, dass vorne zu wenig Gefahr herrscht, das ist immer noch so gewesen, zum ersten Mal durfte dieser Leo Wonic ran, auch er hat das gut gemacht, hat nicht getroffen, aber diese drei Änderungen, die haben sich auf jeden Fall ausgezahlt. Und du hast es schon gesagt, wir müssen natürlich einmal noch ganz kurz über Felix Bastians sprechen, weil wir es an dieser Stelle hier noch nicht getan haben, jetzt ist es ja knappe zwei Wochen oder anderthalb Wochen her sozusagen, ist das für dich immer noch eine nachvollziehbare Entscheidung von Essen, vielleicht jetzt sogar noch mehr, weil du es auch so ein bisschen sacken lassen konntest? Also ja, auf jeden Fall, wenn man so mitbekommt, was da vorgefallen sein soll, dann ist das eine logische Entscheidung gewesen, die Entscheidung wurde auch einstimmig getroffen von Funktionären, Vorstand, Trainerteam, da hat sich was angestaut, Stichwort Vorbildfunktion als Kapitän. Und ich meine, man muss nun mal in Bochum oder Freiburg nachfragen, dass der Herr Bastians bei allem sportlichen Verdienst, den er hat und den Qualitäten, die er auch gerade in der dritten Liga noch vorweisen kann, nicht gerade ein einfacher Typ ist, um es mal so zu formulieren. Und dass sie diese Entscheidung so in dieser Deutlichkeit getroffen haben, ist auf jeden Fall ein klarer Zuspruch für Christoph Dabrowski gewesen, in dem Sinne. Und auf der anderen Seite, hat sie eben schon gesagt, hinten fehlen jetzt so ein bisschen die Alternativen, aber diesem Risiko sind sich die Funktionäre auch total bewusst gewesen. Sie haben es bewusst einkalkuliert, was noch mal mehr dafür spricht, wie wichtig und wie drastisch und wie gut... Wie überzeugt du davon sein musst. Genau, also wie wichtig dieser Schritt für alle bei RWE war. Ja, das ist auf jeden Fall verständlich gewesen. Die Hoffnung des Trainerteams war vor allen Dingen, dass eine neue Hierarchie entsteht, also quasi so ein Vakuum, dass der Bastians hinterlässt, dass da andere reingehen. Und im ersten Moment hat es geklappt, es hat funktioniert. Ich fand, die Mannschaft hat sehr befreit gewirkt in Dortmund. Der neue Kapitän Winko Schapina hat es auch direkt an sich gerissen und das Spiel, hat er davor auch schon gemacht, hat das Spiel gelenkt. Aber das passte. Er ist auf jeden Fall ein würdiger Kapitän von Rot-Weiß-Essen. Aber trotzdem, irgendwie die Kapitänsbinde in Essen zu tragen, da scheint ja Fluch draufzulegen. Ist jetzt der vierte Kapitän. Ist der vierte Kapitän. Aber da muss man sich da wirklich die Frage, was stimmt da nicht in Essen? Eine gute Frage. Man muss von Einzelfall zu Einzelfall schauen. Sozusagen. Man kann auch nur hoffen, dass es ruhig bleibt, weil Schapina für die Mannschaft natürlich extrem wichtig ist. Gut, waren die anderen auch. Aber ja, liegt natürlich nahe, da jetzt irgendwie eine Story drauf zu konstruieren. Da unterstellst du mir aber was. Nein, aber es ist ja schon auffällig. Also, dass vier Kapitäne nacheinander... Ja. Klar, natürlich, du hast schon recht, jeder Fall war anders gelagert. Und vor allem die anderen Kapitäne, wenn wir jetzt mal die Namen irgendwie Dennis Groth oder so da rausziehen, das war ja noch eine andere Situation. Das war Regionalliga, totaler Aufstiegsstress damals, nenne ich es mal, mit dem Dauerrival Preußen Münster. War natürlich so ein Druck auf den Kessel und ganz explosives Gemisch, was da in Essen in den letzten Jahren, in den letzten Regionalliga-Jahren, wo du hoch musstest, hoch wolltest, was da halt so, ja, die Gesamtgemengelange so hat explosiv erscheinen lassen. Vielleicht kriegen wir das heraus, was da in Essen so mit den Kapitänen immer so ambach ist, denn wir werden Ende November ein besonderes RWE-Live-Event haben. Mehr werde ich aber dazu noch nicht sagen. Lasst euch überraschen, aber könnt ihr euch jetzt auf jeden Fall schon mal vormerken. Dann lasst uns mal kurz auf den neuen Kapitän gucken. Das ist der Neuzugang, Schapina. Und das überrascht wenig, dass er direkt die Bindung bekommt, weil du hast es schon gesagt, der hat schon vorher und direkt von Anfang an eine Führungsrolle eingenommen. Ja, total. Er ist ein Typ, der auch sehr einen gewissen anderen Blick auf die ganze Branche hat. Er hat einen bewegten Weg mit vielen Verletzungen. Er galt eigentlich immer als talentiert. Dann war er zu klein, wurde bei Stuttgart aus dem Nachwuchs rausgeworfen, kann man sich gar nicht vorstellen, weil jetzt ist er über 1,90m groß. Ist dann zurück nach Ulm in seine Heimat gegangen, jahrelang beim SSV gespielt und er ist Stück für Stück sich dann jetzt in die dritte Liga hochgearbeitet. Also das ist nicht so ein typischer, der in den NLZs hochgezüchtet wurde und jetzt so ein, ich nenne es mal, einer, der so stramm auf so einer Linie ist und so möglichst glatt, wie so manche eine aus dem NLZ ist. Nee, der ist schon einer, der ein gewisser Typ ist und das tut auf jeden Fall der Mannschaft gut und diese Komponente bringt er eigentlich von Anfang an rein. War auch eigentlich spannend zu sehen, wie er damit umgeht, dass er jetzt bei RWE spielt, so der erste Verein, wo du eine richtig große Aufmerksamkeit, eine große Fanbase hast. Ulm ist jetzt auch ein Traditionsverein, nicht falsch verstehen, aber ist dann doch was anderes als Memmingen oder Verl. Er ist aber einer, der das geschafft hat, was viele schon behauptet haben bei RWE, aber nicht geschafft haben, nämlich diesen Druck, der von außen kommt, in etwas Positives umzuwandeln. So, gab auch mal natürlich schlechtere Spiele von ihm, aber alles in allem, muss man sagen, das ist der Transfer der Saison und hat sich total ausgezahlt und für mich auch der logische Schritt, dass er Kapitän ist. Und du hast es schon gesagt, das ist einer, der auch dann mal Klartext redet, also zumindest auch schon so nach außen hin, der auch gerne mal vielleicht so einen Spruch raushaut. Genau, also ein bisschen anders. Genau. Anni, du kennst das auch, wenn man mit Profis redet, oft mal so immer dieselben Sätze gefühlt, aber er ist dann noch einer. Wenn der Pressesprecher daneben steht mit dem Aufnahmegerät und du weißt schon, eine vernünftige Antwort kriegst du jetzt eh nicht. Also er ist halt ein anderer Typ und das ist sehr erfrischend. Ja. Jetzt sind ja aktuell so ein bisschen Highlight-Wochen bei RWE. Du hast erst dieses Auswärtsspiel da in Dortmund gehabt, Wahnsinnsatmosphäre hast du auch schon gesagt. Also da hat man ja schon, ich sage das jetzt einfach mal aus Duisburger Sicht, sehr, sehr neidisch drauf geguckt. Also ihr wisst das ja, ich halte es ja ein wenig mit dem MSV und wenn man dann sieht, als der MSV bei Dortmund 2 gespielt hat, hat man im Stadion Rote Erde gespielt. Ja, unter der Woche, aber trotzdem, das war natürlich nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Dann jetzt am Wochenende Saarbrücken, ist ja auch cool, weil Saarbrücken bringt ja auch den ein oder anderen mit. Ja, wobei Sonntag 16.30 blöde Anstoße. Ja, natürlich. Da könnten wir jetzt eine komplette Folge draus machen, um über die Anstoßzeiten der dritten Liga zu sprechen. Aber Saarbrücken trotzdem auch eine Hausnummer und dann das Derby beim MSV. Was willst du denn als RWE-Fan mehr? Ja, das stimmt. Es ist vor allen Dingen sehr, ich bin auch sehr gespannt, wie sich die Mannschaft so jetzt in den Spielen präsentiert, weil oft war es so in der bisherigen Saison die Thematik, dass sie gerade in diesen Highlight-Spielen, wie du es formuliert hast, sehr gut performt hat. Irgendwie ein Pokalspiel gegen HSV, was eher aus Erwertung war. Derby gegen Münster, das war ein starkes Spiel. So, das Spiel in Dortmund war auch so eins und das Derby beim MSV wird auch so eins sein. Aber was ist das Spiel gegen Saarbrücken für eins? Wird die Mannschaft da auch dieses Gesicht zeigen, befreit aufspielen oder wird sie da gehemmt auftreten? Das ist jetzt das zwingende. Rot-Weiß-Essen muss in den nächsten Wochen Konstanz in seine Leistung reinbringen. Und Saarbrücken ist verdammt gut, die sind auch ambitioniert, aber die dritte Liga ist so wahnsinnig verrückt und eng. Die ist so verrückt, ja. Ich tippe da nicht mehr. Trotzdem, wenn es für RWE gut laufen würde, wir denken ja aus Ruhrpott-Sicht da einfach mal positiv, könnte der Blick dann vielleicht schon so leicht nach oben gehen bei RWE? Ich bleibe dabei. Auf die Tabelle erst im Frühling schauen. Wer die dritte Liga kennt, sagt das. Also ich habe alles gehört von den Leuten, die es für RWE halten. Also nach dem 3-1 gegen Dresden haben alle gesagt, nächstes Jahr spielen wir gegeneinander. Nächstes Jahr haben wir RWE gegen Schalke. Nach dem 0-4 gegen 0-4 war es in Vell. 0-5 sogar. 0-5. Das ist ja wirklich nur ein Tor unterschlagen. Nach dem 0-5 in Vell war Christoph Daborowski schon wieder auf dem Mond. Also das ging bei RWE relativ schnell, weil ich sagen muss, das Spiel gegen Dresden wird mir ein bisschen zu überbewertet. Die hatten total Glück. Also normalerweise fliegt Scharpiner glaube ich vom Platz. Bastian steht auch im Abseits bei seinem Tor. Genau, Bastian steht im Abseits und Scharpiner fliegt vom Platz. Also dann gewinnt RWE dieses Spiel niemals. Trotzdem, da hat die Mannschaft genau das gezeigt, was sie dann die nächsten zwei Spiele nicht gezeigt hat, nämlich Einsatz. Völlig klar. Dann wirst du auch mal belohnt in der dritten Liga. Da entscheiden halt so viele Kleinigkeiten. Das ist nochmal anders als vielleicht in der zweiten Liga oder gerade in der Bundesliga, wo du wirklich großen Qualitätsunterschied zwischen den Mannschaften hast. Dritte Liga ist so verdammt eng. Genau, natürlich will ich jetzt, ich will das jetzt nicht schlecht reden. Also wenn RWE es irgendwie schaffen sollte, mal irgendwann fünf Spiele hintereinander zu gewinnen, dann gerätst du halt in eine Euphorie, die in einer Liga in der Kleinigkeiten entscheiden. Eine Kleinigkeit sein kann dies für deine, also du weißt es ja selber als Schalke 04, was es ausmachen kann, wenn auf einmal 25.000 Leute bei RWE dann vielleicht ein paar weniger, einfach mal auswärts mitfahren. Das ist schon was anderes. Aber nochmal konstant, wann war RWE konstant? Seit dem Wiederaufstieg. Ja, also deshalb einfach von Spiel zu Spiel schauen, um die Floskel wieder aufzugreifen. Nein, wenn die im April noch vier Punkte Rückstand da oben haben, kannst du mir die Frage nochmal stellen. Aber jetzt erstmal Punkten auf sich schauen. Pass auf, kurzer Spoiler, er wird sie trotzdem jedes Mal wieder stellen. Ja, um zu gucken, ob du deine Meinung änderst. Nein, dann lass uns in die etwas nähere Zukunft gucken, die Winterpause. Da könnte man ja auf dem Transfermarkt vielleicht noch so ein bisschen was machen. Dafür brauchst du Geld. Sieht aber aktuell gar nicht so verkehrt aus. Also mit Sponsoren laufen Gespräche. Könnte es da frisches Geld für Essen? Ja, Gespräche laufen. Was man hört, sind ja auch gar nicht so schlechte Gespräche. Ich bin sehr gespannt. Am 19. November wird die Jahreshauptversammlung fortgesetzt, die ja im Sommer abgebrochen wurde. Da noch eine positive Nachricht verkündet wird. Aber klar, RWE-Verstärkung würden der Mannschaft gut zu Gesicht stehen. Gerade hinten, du hast, ja, gerade in der Innenverteidigung bräuchtest du noch eine Alternative, jetzt wo Bastian Zweck ist. Auch als Linksverteidiger, da spielt gerade Lukas Brumme, der eigentlich gelernter offensiver Flügelspieler ist. Ekin Shelleby, der Sommerneuzugang als Linksverteidiger ist verletzt seit der Vorbereitung. Also eigentlich brauchst du noch eine Alternative hinten. Es geht nur mit Geld, klar. Und du hast es schon gesagt, einen neuen Termin für die JVH gibt es. Für die JVH? Hast du gerade JVH gesagt? Für die JVH, ja. Für mich ist auch sechste Stunde, ganz ehrlich. Ja, also den Termin könnt ihr euch merken. Und ich habe es ja schon gesagt, Ende November auch. Das merkt euch mal gerne als RWE-Fans. Dann lasst uns noch schnell auf das Wochenende gucken, bevor ich noch weitere Kürzel hier vollkommen verhaue. Der KSC spielt gegen den S04. Ja. Andi. Der S04 wird das, aber ich will viele Tore sehen. 3 zu 2 für Schalke. 3 zu 2 für Schalke. Was tippst du? 1 zu 1. 1 zu 1. Stindl trifft. Finde ich auch einen guten Spieler. Wie Andi. Ja, das definitiv. Ich sage mal 1 zu 2. Da kann der Stindl auch immer noch treffen, wie er möchte. Ja, bei mir kann der Stindl sogar zweimal treffen. Guck mal, guck an. Und dann haben wir eben RWE gegen den ersten FC Saarbrücken. Der hat gerade gesagt, er tippt nicht. Ja, jetzt muss ich ja. Jetzt muss er. Er widerspricht sich schon. Ja. Schon jetzt 10 Minuten später. Ganz schlimm. Lügenpresse. Ich tippe ja eigentlich nicht. 2 zu 2. 2 zu 3. Aber es kann wieder von dem 5-0 bis zum 0-4 alles passieren. Es hört sich dumm an, ist aber so. Ja. Also wenn alles passieren kann, habe ich ja wirklich die freie Wahl, ohne mich zu blamieren. Ja. Ja, komm. 3-1-Rot-Weiß-Essen. Gut, dann tippe ich auf ein 1 zu 1. Den Alibi-Lusion-Tipp gebe ich dann einfach ab zum Ende. Ja, damit sind wir durch. Und es hat wie immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Ich hoffe, euch natürlich auch. Und solltet ihr noch Fragen, Anregungen, Kritik haben, ihr kennt das, her damit. Hallo at fußball-inside.com ist die passende Mailadresse. Oder ihr fragt oder schickt uns was über WhatsApp, die passende Nummer in den Shownotes. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann mit einer ganz besonderen Folge zum Derby in der 3. Liga. MSU Duisburg gegen Rot-Weiß-Essen. Auch da könnt ihr euch durchaus drauf freuen. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Fußball Inside. Der Experten-Podcast. Von den Lokalradios im Ruhrgebiet und der WAZ. Jeden Donnerstag neu. Überall, wo es Podcasts gibt. Fußball Inside. 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 Vielen Dank.